Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal und die letzten zwei Wochen gab es eine sehr heikle Thematik und zwar das JBB 2018, eigentlich 2017 und jetzt sogar schon 2019 und Julien will scheinbar das Turnier nicht enden lassen denn er bringt die Analyse jetzt nach zwei Wochen Verspätung immer noch nicht raus und vieles vieles mehr seht ihr nach dem Intro Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video Let's go! Yo Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ich habe gerade schon wieder komplett ins Mikro geschrien zumindestens, falls euch dieses Video gefallen sollte, euch diese Thematik gefallen sollte dann kann ich euch nur dazu auffordern, diesen Kanal zu abonnieren, ein Like da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr zumindestens geht es in diesem Video, wie man es auch schon im Pre-Intro gesehen haben sollte um die Thematik, wann kommt die JBB 2018 King Final Analyse denn jetzt momentan ist es ja schon das JBB 2019 und es hat einfach im Jahr 2017 angefangen und ist somit jetzt schon mehr als doppelt so lang wie jedes andere JBB und da stellt man sich natürlich die Frage, wird Julian jetzt das JBB unnötig in die Länge ziehen oder was man auch sehr oft unter den Videos von Julian gesehen hat wird Julian eine sechsmonatige Pause machen und meiner Meinung nach ist das sogar relativ wahrscheinlich denn Julian könnte wieder ein Burnout bekommen haben weil er einfach zu wenig Zeit hatte und die ganzen Hate-Kommentare werden ihn ja nicht gerade ermuntern obwohl er ja auch wirklich einen großen, großen Fick drauf gibt was seine Zuschauer denken und das ist eigentlich auch eine gute Einstellung auch wenn es manchmal echt zu Problemen geführt hat zumindestens gibt es drei Träurien wieso Julian noch keine Analyse rausgenommen hat erstens, er ist wirklich krank gewesen und arbeitet gerade noch an seinem Album aber ich glaube das war schon fertig deswegen wäre das ein bisschen unrealistisch zweitens, er macht eine sechsmonatige Pause oder drittens, es gibt keine Analyse er lässt einfach einen von beiden weiter ohne eine Analyse machen zu müssen so dass der schwächere Gegner einfach weiterkommt also derjenige, der ihm sympathischer rüberkommt und hierbei tendiere ich mal dafür dass er Entertainment einfach weiterlässt weil die Community nun mal Entertainment noch ein bisschen mehr mag als Timetic und so war es ja damals eigentlich auch schon bei Timetic gegen Clash Parker weil Timetic einfach mehr Zuschauer hat und einfach mehr Aufmerksamkeit mit sich bringt auch wenn Timetic wirklich sehr sehr stark ist und auch stärker als Clash Parker ist im Nachhinein muss man echt sagen, Clash Parker hätte die Runde trotzdem gewinnen müssen aber man hat ja auch doll in der Analyse gemerkt wie doll er gegen Clash Parker war zumindestens gehe ich von einer dieser drei Theorien aus vielleicht haut Julian auch noch in den nächsten Tagen eine Analyse raus ihr könnt gerne mal eure Meinung wie in jedem Video in die Kommentare schreiben und das war es dann auch wieder mit dem Video lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet dass das JBB so unnötig in die Lenken zieht bis dahin, haut rein, ciao